Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Dieses Mal geht es um ImageMagic, ein Kommandozeilenprogramm, womit man sehr viele Bildbearbeitungsoperationen automatisieren kann. Und dieses Mal zeige ich euch, wie ihr Screenshots automatisch bearbeiten und zusammenstellen könnt, so wie ich das für meinen M23 Artikel für die neue M23 Version auch mache. Ja, ImageMagic, was ist das überhaupt? Ja, letztendlich sind das verschiedene Kommandozeilenwerkzeuge, also Plural, mit denen man unter anderem Bilder konvertieren kann von einem Dateityp in anderen, die bearbeiten kann und auch wieder zusammenfügen zu neuen Bildern. Das Ganze findet ihr unter ImageMagic.org. Da ist die Projektseite, da steht alles Mögliche mit drin und auch viele, viele Beispiele, wie man damit umgehen kann. Dann habe ich mir mal so ein paar Eigenschaften rausgepickt, was das so kann. Es gibt natürlich noch viel mehr Sachen, die es auch noch kann. Das ist ein relativ mächtiges Werkzeug bzw. mächtige Werkzeuge, mit denen wirklich sehr viel funktioniert. Also es unterstützt verschiedene Bildformate, zum Beispiel PNG, PDF, JPEG und viele, viele weitere Formate auch. Und sowohl als Eingabe als auch als Ausgabe. Dann gibt es viele mögliche Optionen, die ihr damit durchführen könnt. Ihr könnt Bilder zurechtschneiden, ihr könnt sie auch rotieren, den Farbraum wechseln, also sowas von Graustufen umwandeln in ein Farbbild, was denn natürlich keine Farbe macht, aber umgekehrt aus einem Farbbild ein Graustufenbild macht. Dann könnt ihr verschiedene Filter anwenden, sowas wie Weichzeichner, Schärfen und so. Ihr könnt Bilder kombinieren zu quasi Collagen und das werde ich gleich ein bisschen zeigen. Ihr könnt natürlich Bilder auch skalieren. Das kommt auch noch. Und GIF-Animationen aus Einzelbildern könnt ihr auch damit machen, aber es gibt noch sehr, sehr viel mehr. Also so eine GIF-Animation, ich gucke einmal, also so das hier oben da, wo mein Finger hinzeigt mit der Eule, dass die blinzelt, das ist auch eine GIF-Animation, die in Dauerschleife durchläuft. Sowas geht damit eben auch. Ich habe euch mal wieder so ein Skript zusammengestellt, das ich auch verwende, um die Screenshots für M23, für den Artikel, da vorzubereiten. Da sind verschiedene Schritte drin, die nicht unbedingt notwendig sind für so ein Skript, aber damit wir so ein bisschen wissen, was für Bilddateien wir haben, verwende ich einmal File. Das ist ein kleines Programm, womit man Informationen über Dateien abfragen kann. Wenn es jetzt ein Bild ist mit einem unterstützten Dateityp, dann wird zum Beispiel da aufgelistet, wie groß das Bild ist und welche Farbtiefe es hat. Nachdem wir jetzt wissen, was da so drin ist in meinen Testdaten, geht es an das Skalieren. Also die Bilder sollen alle eine Breite von 1024 Pixeln haben und das Programm dazu heißt Mogrify. Das gehört auch zu dem ImageMagic-Paket mit dazu. Die Operation ist Resize, also Größe ändern und da das X quasi der Treader ist zwischen Breite und Höhe, die hier nicht ausgeführt ist, wird zwar auf eine Breite skaliert, aber die Höhe wird beibelassen. Das wird auf alle Bilder einmal angewendet. Zur Kontrolle gucken wir uns auch noch an, wie sich jetzt die Bilder in der Größe geändert haben. Und nachdem wir jetzt alle auf die gleiche Breite von 1024 Pixeln gebracht haben, geht es darum, die Bilder übereinander zu stapeln. Also die werden so aufgelistet wie an einer Perlenschnur so ungefähr. Da wird über den Parameter Append gesagt, dass das Ganze ja angehängt werden soll und das Ganze soll vertikal passieren. Das gilt wiederum für alle PNGs, die sich in dem Verzeihnis befinden und die Ausgabedatei ist diese hier. Da ich von dem Stapel mit den ganzen Screenshots auch noch eine verkleinerte Version für den Artikel brauche, möchte ich jetzt auch noch eine Version machen, die 200 Pixel breit ist und hier die Eingabedatei verwendet und eine kleinere Version als PNG abspeichert. Hier habe ich jetzt mit Convert gearbeitet, Mogrify. Also die sind nicht so großartig unterschiedlich, aber für kleinere Konvertierungsaufgaben an einzelnen Dateien würde ich Convert nehmen. Und für kompliziertere Sachen, also so wie hier Stapelbearbeitung mit vielen Bilddateien, eher Mogrify. Und damit kann man auch noch ein paar andere Sachen, also es unterscheidet sich im Detail. Okay, dann hinterher gucken wir auch noch mal, wie sich jetzt diese neuen Dateien so ausgeben, also wie die jetzt von den Dimensionen her sind. Aber das Ganze gucken wir uns jetzt auch noch mal quasi live und in Farbe an. Ich bin jetzt auf meiner virtuellen Maschine mit Linux Mint 21. ImageMagic habe ich schon installiert. Das Paket heißt hier ImageMagic und das könnt ihr unter eurer Distribution, was auch immer das sein soll, über den Paketmanager installieren und höchstwahrscheinlich erst das Paket auch ImageMagic. Dann habe ich hier einmal meine Screenshots. Die sind erstmal so. Ich habe Cinnamon, Gnome, KDE, LXDE, LXCute, Marte. Das sind die Desktops, die M23 in der neuen Version unterstützen wird für die Clients. Also damit könnt ihr vorkonfigurierte Desktops auf euren Clientsystemen ausrollen. Gucken wir einmal, wie es um die Größen so bestellt ist. So, ein bisschen kleiner, dann passt auch alles wieder drauf. Also das ist jetzt so, wie es ist. Also wir haben hier 1400, dann haben wir 800 und 1024. Das ist schon in der richtigen Breite. Aber alle anderen müssen angepasst werden. Daher mache ich jetzt einmal das Mogrify und das Resize. Das kopiere ich mir einfach rüber. So, lasse ich dann einmal durchlaufen. Geht relativ zügig. Und dann gucken wir nochmal, wie es jetzt um die Breiten bestellt ist. Also wir haben jetzt hier überall eine wunderbare 1024 Breite. Und die Höhe richtet sich nach dem Seitenverhältnis. Wenn wir jetzt hier ein 16 zu 9 Format haben, dann kommt eine Höhe von 626 raus. Und bei dem, was 4 zu 3 ist, ist es 768. Als nächstes möchte ich denn meine Bilder übereinander stapeln, also hoch stapeln. Und dafür verwende ich denn den nächsten Befehl mit dem Append. Da fügen wir alle zusammen und haben hinterher unser Band mit den einzelnen Desktops. Gucken wir auch nochmal, wie es sich da um die Größen dreht. Da haben wir es. Also wir haben wiederum die 1024 Breite und 4040 Pixel in der Höhe. Wenn man das jetzt alles einmal hier addiert, sollte exakt das dabei rauskommen. Ich glaube das mal, ich rechne das jetzt nicht nach. Aber ich möchte ja auch noch meine kleine Vorschau-Variante haben, die auch auf dem Artikel, also die in den Artikel eingebettet wird und die 200 Pixel als Breite haben soll. Da gibt es nochmal die kleine Variante mit dem Mini-PNG. So, gucken wir da auch nochmal. Da haben wir jetzt hier die große Variante, die ist denn so. Und die kleine Variante ist bloß noch 200 Pixel breit und natürlich auch deutlich kürzer. Weil das Bildverhältnis bleibt ja gleich. Ja, das war es dann diesmal auch schon. Ich hoffe, es hat euch wieder geholfen. Vielleicht habt ihr jetzt einen praktischen kleinen Helfer oder vielmehr so einen ganzen Werkzeugkasten an kleinen Helfern für Bildarbeitung gefunden und könnt das jetzt in voll einsetzen. Ansonsten macht es nach, macht es nicht nach und bis dann. Und tschüss.